hallo hallo wir haben gerade mit der Fransch gegen so Typen, wegen dem wir gerade eben gewonnen der eine Typ ist wirklich ausgerastet, die haben 7-1 gewonnen, aber wir sind hier in dem Schwiegenmodus Kältefinder ich bin in Tor und Roku zur Stattdienst ach so, das ist sogar schön mittlerweile, wegen lila-gelb er stand auf gar, ich hab mich nicht getötet gelb ist echt eine schöne Farbe in dem Modus so, dann muss ich mich mal kurz umdrehen ne, kommt nicht fuck, it war closed mir muss das es wird schwierig sehr schön wie ihr jetzt seht, funktioniert das eigentlich relativ ganz gut die Gegner sind aber auch nicht die Besten muss man hier weiter zu sagen, mir muss man hier weiter zu sagen, mir muss man mich nicht schreitet nicht die Aufnahme wird übrigens zu 15 Minuten gehen ich Geld ne, 20, 20, 20, 200 den hast du aber es werden drei Runden sein nur denk ich mal denk ich mal oh, der war nicht knapp kommt der? der war nicht knapp ok, ich möchte einfach, vielleicht werden es mehr als vier Runden oh je ja, skip, skip ich hab nie skippt ich hab grade äh ich hab grade äh 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 für die Übersetzer äh die kein Englisch können und die Kinder äh leulek äh leulek netter Mensch peace bedeutet Krieg oh, den hast du, den hast du oh yeah den hast du oh, bitte spammt jetzt nicht, die liegt hinten danke ich dachte so Leute, es sind so 6-1, wir führen und die scheinen dann so easy äh äh für die Leute, es ist nicht äh äh why is your mate so toxic ne äh joke i'm sorry i'm i'm just a little bit girl gg gg o o gt er kick er kickt einen guten Schuss äh nochmal für die Englisch Übersetzung damit es, ähm sprud reinkommt i'm sorry bedeutet ich bete ne ja genau ähm du hast das Wort sorry falsch übersetzt jedenfalls ähm Ich hab den Text vergessen. Jokey Guy. Falsch geschrieben heißt natürlich Unlustiger Mensch. Ne, YouTuber heißt das. Das ist so eine andere Schreibform. Ist ja unlustiger Mensch. Oh mein Gott! Es tut mir leid. Doesn't matter heißt, es bedeutet was. Mach zwei vier schnell. Just a little bit angry bedeutet Ich bin Glückwunsch. Ich greife an. Oder das. Und On-N-Self heißt über andere Schmieren. Ne, Self kennt man ja schon von Self wie das bedeutet ein eigenes Self wie Mami. Ja, oder das? Peace by Krieg, alles gut. Einfach alles bei mir, Krieg. Alter, wenn der nicht reingeht. Aber der ist sogar an deren Wand abgedotzt, ne? Hast du's gesehen? Der ist noch gelb geworden. Doch, ganz viel. Ach so, doch, doch. Manche. Deswegen, ey. Wie ich die Hautfarbe eines Asiaten. Joke. Äh, LGBTQ, war's das? Ich hoffe, ich hab's richtig auch gesagt. You're playing like a trash game. Oh Leute, war das knapp! Heinsoff? Nee, hat er geschrieben? Er schreibt, er würde gerne mit uns ein Friedensvertrag fahren, um dann nach einen Krieg zu beginnen. Du bist echt gut in der Bergwürst? Wie bist du so gut geworden? Er ist heißt, ich stimme dem zu. aber das ist keine Beleidigung es ist ja nur eine Sexualität look at this pink heißt sexuelle Vergewaltigung oder guck auf seine Uhr kann beides heißen in der Kontext im Englischen verratet man und so will ich auch redet 50 50 Chancen alles hat nur zwei Bedeutungen und zwar jedes Wort zufällig ist positiv und negativ dasselbe Worte dass wenn du HIV positiv bist weißt du nicht was du bist doch doch das wird mit einem Punkt und mit einem Punkt äh mit Loch drin angeteilt aber das Loch ist so klein dass es manchmal so schlecht gedruckt wird dass man das nicht sieht ich mach grad gar nichts ich fahr einfach nur im Kreis danke danke äh just for your übrigens das Danke war ernst gemeint natürlich äh damit meine ich jetzt cool wie ist meine Stimme gerade äh schreibs doch mal in die Kommentare und ich sehe ich habe jetzt einfach in der Falle auf dem Video scheiß sag mal was hallo ja ich jetzt machen mach aber nichts Zeitspiel ey hast du das Zeitschüsse ja aber ich werde jetzt im Tor wenn du einfach vorfährst ja aber das ist langweilig ja aber ich wollte jetzt einmal Zeitspiel machen und gucken was sie machen und wenn die kommen dann spiele ich den okay okay jetzt dann sag mir doch aber es wird auch nicht aber lupfen 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 ne okay ich weiß nicht wie das geht achso so meintest du das sag mir wenn er kommt okay ich fahre sie an fuck ey du musst doch auch du musst doch auch warten dass ich jemand zerstört habe ey wir können nicht gegen ihn verlieren so nachdem wir so viele äh nette Kommentare geschrieben so oft zugestimmt haben übrigens äh gay ist so ein äh so ein wild bester Wort für freundlich äh Methoden äh Methods bedeutet äh französisches Essen und äh und äh und äh Hamsterrad in Bulgarien ab Bulgarisch meinst du einfach nur bitte mach ihn dann ist ja ein Tor weil ich habe beide weggeschlagen ja danke okay jetzt äh jetzt ist bei einem 6 6 sollte es bis 8 gehen ja finde ich auch ich weiß nicht ob es so ist vielleicht äh wenn man sie pumpen hat hat man diesen Stümmotor automatisch verboten ich habe ich noch einen Kommentar äh ihr seid auch nein ja nett aber bitte nicht hab's alles gut den hast du bitte bitte oh ich konnte nicht jumpen ja ah leider nicht jetzt durch den anderen ich bin ziemlich weit raus ich habe bei der Kamera das ist nicht so klug hab's oh mein Gott das ist ein Japaner echt? oder der eine japanische Schlage glaube ich glaube oder er mag Animes äh falls ihr wissen wollt was das sind das sind chinesische Cartoons ähm ja 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 Äh das war ist nur eine Metapher für ja ich liebe euch stimmt uns zu siehst du ihr seid nett ok ja ähh 香港 scheu ist übrigens ein italienisches aus der französischen Küche und falls sie erneut werden sind sie nett die sie haben sie verlassen die engst haben noch mal zu erledigen die haben es erst einmal 7 1 verloren die weinen das ist nicht die in der tsch Your first game, you lose 7-1 new day. Wir haben das erste Mal sogar 7-1 gewonnen. Für die Leute, die nicht wissen, was Boost bedeutet, das bedeutet soviel wie Antrieb! Was? Guck! Nein, ich hab fast jetzt verwendet. Okay, gleich wieder an. Äh, wie du sagtest schon, Boost. Antrieb. Nicht vergessen Leute, lehre Vokabeln in Spanisch und besser Englisch. Sprechen Sie können! Geh ich den grad auf den Sack. Nö, die halten trotzdem in den Bayer. Ja, aber ich geh den grad ziemlich auf den Sack. Eigentlich ziemlich klasse, dass sie es immer noch halten. Jawoll. Na, ich freue mich jetzt nicht easy zu schauen, es noch zu fühlen. Alter, also, sagt kurz aus, dass es nicht verkackt. Die halten die ganze Zeit so gut. Jetzt nicht sehen, was passiert ist. Wir lachen übrigens mit denen nicht über die. Ja, natürlich. Das wird übrigens das einzige kinderfreundliche Video auf meinem Kanal. Warte, was war die Übersetzung für Gay nochmal? Ich hab das vergessen. Englisch. Nein, 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 ich hatte Gay schon mal aufgegriffen. Äh, nett. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Ich, ich wollte kein Double-Jump machen, es tut mir leid. Nö, das ist... Sie sieht, etwas gegen Double-Jump sogar. Achso, ja, stimmt. Damit man ihn nur in der anderen Haft haben. Kampfkontakt. Double heißt afrikanisch. Und, äh, Jump heißt, äh, dementsprechend natürlich, äh, aus der Kerne nicht. Die Chips sind auch aus Afrika. Ja, ja. Ja, genau. Ich hab' was gegen die. Weil die zu seltsam. Jump-Jump ist auf und fanny frisch ist ein King-Groos. Oh, ich Junge! Ah, wie gesagt, den lass ich dir. Da nicht in den Sinn sagen. HDF. Da steht für, äh, Hammer. Da steht für, äh, Hammer. Da, äh, Fliesentisch. Damit ist es natürlich gemeint, dass man die Schrauben vom Fliesentisch nochmal nachziehen sollte. Oder ein Fisch. Fisch. Was? Fisch. Ist da gar kein F drin, oder? Nicht. Hier war ein Fliesentisch mit einem T und das F tausch, das ist ein Fliesentisch. Oder sowas. Ich weiß gar nicht, was ich übersetzt habe. Bitte nenn deinen Fliesentisch-Kelldefender. Also, ja, genau. Nee, Kelldefender. Alter, ich glaube, den haben wir gedoublet, ne? Oder auch nicht. Oder Kelldefender, ähm, erster Englischstand. Lernen, Meet, Ice-Dix und Rogo. Mach rein, was für Lernen, ja. Könnt ihr bei unserem Kursanmeld kostet 500 am Tag? Lohnt sich. Lernen, 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 High Excuses, Englischwörter. Ja, sehr viele Fälle da mit drin. Die werden nur in Brust auf, die Tanja nutzt, wenn man mit ihm redet. Das war sein, das ist so was, wie... Lernen, nennst, 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 nennst. Nicht definiert. Was ist ein A? R. Ah. Du R als du bist. Du bist. Bist. Es heißt R. Äh, aber wenn du R sagst, dann könnte es auch ein Piratenruf sein. Achso, ja, natürlich. Wie, 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 wie bin ich da auch nicht gekommen? Scheiße. Oh mein Gott, jetzt, guck mal, ob ich mit dem mache. Ich weiß es auch. Oh, scheiße. So wie hier, halt. Oh, sehr hässlich. Ich fahre nach vorne. BAM! Auf Englisch. Ist vorbei. Alter, oder auch nicht, du scheiß Gott. Äh, Gott, wenn ich es euch übersetzen will, er meint es geschrieben mit D, natürlich im Englisch, und damit meint er Gott in Deutschen. Nein, ich hab mich vertan. Hier ist mein Rechtstrasse, ich klappe es noch kurz auf. 10 Sekunden. Das ist der Deutsch, ey, das ist der Englische. Da hab ich es ungeklappt. Ich hab gesagt, wir werden wahrscheinlich mehr als 4 Runden spielen, das ist die zweite, und wir sind noch bei 16 Minuten. 15, 30. Das wäre ja, meinte ich auch, aber ich dachte, es ist... Äh, 4 Runden oder so. Guck's dir an, guck's dir an, guck's dir an, das ist eine 1. Plus eine Stärke. Ja, 3. Ja, hab einen gekillt. Jetzt den anderen. Äh, was wollte ich gerade machen? Ah, ja, Gott, genau. Äh, Gott, von, mit D ins Deutsche übersetzt, ist ganz simpel, logisch natürlich auch, Teufel. So, und jetzt? Scheiße, ich muss das zukriegen. Könnte auch sein, dass jemand mal sagt, you are just like an angel. Also, äh, 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 äh. Also, äh, äh, so geschrieben, aber es bedeutet auch, wie im Deutschen ist geschrieben, angel. Ganz wirklich. Wenn die Leute, äh, 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 schwierig. Weißt du, weißt du, wie, äh, fließentisch auf Englisch heißt? Nein, warte, Englisch wurde, warte, ich musste noch vorher, äh, jundere Stunde vorfahren. Weißt du, wie fließend ich auf Englisch heiße? Ich kunde. Fleißentisch. Falls ihr das wissen wolltet. Du hast es falsch ausgesprochen. Das Tisch musst du anders aussprechen. Tisch. Tisch, den hast du, sonst bist du gay. Äh, und wenn man knicht, übersetzt ins Englische, wird das dann auch tatsächlich... Wie mehr ich, äh, ähm, lustigerweise spricht man in Thüringen sehr viel Englisch. Da ist dirne auf Englisch, Börne. Also ungefähr Börne. Äh, Tante wäre nicht Ornd in Großbritannien, das wäre dann Dande. Jaja, die haben die reichen Art an Englisch. Jep, und auch Deutsch. Äh, das muss man natürlich lernen. Ähm, jetzt wird in dem Titel... Das wäre sonst rassistisch. Jetzt werde ich auch in den Titel schreiben, Thüring, äh, Thüring-licious Englisch. Falsch, äh, richtig geschrieben natürlich. Ähm, äh, Lernstunde eins. Äh, wo musst du auf einmal so schnell? Lernstunde eins. Ja, hihihi. Jetzt ja, hihihi. Nächstes Mal können wir einen Gast aus Thüringen einladen. Hihihi. Äh, war schon mal in Rocko's und, äh, Rocko's Video drin, und ein anderer vielleicht auch noch, und ein anderer vielleicht auch noch? Ich weiß nicht, wen. Eine der drei, ja, ja, ich weiß. Am liebsten bei mir Armin. Der kann nicht mehr Armin. Es gibt auch welche, du sagst nicht, you're looking TV or watching. Du sagst, you are showing them. Das ist ganz hohes Englisch. Was heißt denn, Pinch? Da werdet ihr in Business-Manier angenehm. Und die Leute wollen euch direkt bei einem Vorstellungsgespräch in Thüringen anstellen. Nein, wenn ihr sowas wie, ähm... Sag, ähm, oh, what are you showing? Ähm, showing, wenn ihr das richtig ausspricht. Aber present and future wäre showing. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht, oder? Doch, das wird so ein Tearing, present and future. Achso, ja, okay. Stimmt, die haben ja ihre eigenen Methoden. Auch die neue Zeit ist, ähm... Schon da in eine neue Zeitachse. Die neue Zeitvision ist nämlich... Äh, redet man teilweise in der fünften dimensionalen Evolution. Äh, der... X-Achse in den Milios-Bereich entlang. Und wenn du das dann, äh, mit Isaac Newtons, äh, Relativitäts-Serie-Abgleichs... Und da ergibt das auf jeden Fall... Genau. Genau. Genau, hast ich gekriegt. Ah, hör mal, guck ich mir das an. Isaac war voll mit Leuten trinken, aber er hat nicht getrunken. Obwohl ich mir wetten könnte, dass er getrunken hat, nach dem Satz vorhin. Ja, wahrscheinlich... Ich weiß, dass man da nicht verstanden hat. Ich habe Godzilla-Bereich mit King Kong geguckt. Oh, das wollte ich auch tun. Äh, ich spoiler dich mal nicht. King Kong stirbt. Wer denn das erwartet? Bei Godzilla-Bereich? Nein. Nein. Äh, ich sag dir sogar, wie es ist, die werden freuen am Ende. Darf ich dich ein bisschen spoilern? Nein. Okay, also da gibt es diesen einen... Also das war jetzt auch unser ganzes Publikum, ja? Okay. Den 200.000 Menschen kannst du das nicht erzählen. Okay, also da gibt... Nein, hört's, okay. Sagen wir, es gibt noch einen dritten Typen, okay? Ich weiß ja. Der mit Godzilla und King Kong. Ich weiß ja. Äh, Mario Barth. Nein. Auf jeden Fall gibt es noch einen dritten Typen. Also so, Godzilla will sie King Kong. Vielleicht, man weiß es nicht. Falls das passiert... Nein, ich hab grad wachs, dass mein Haar rauskriegt. Falls Godzilla King Kong besiegt, lässt er ihn leben. Ähm, dann wird aber Godzilla von Mario besiegt. Wie Naruto, der wird besiegt. Meinst du, wurde... Naruto Classic. Der wurde besiegt. Ist das eine neue Serie von Naruto, Naruto Classic? Ne. Äh, hallo, das ist aber zu. Okay, sagen wir, es gibt drei Parteien. Okay? Äh, so wie er in den Gothic spielen oder Rösen spielen. Also ich sag jetzt nicht, wer wäre es spielen. Oder vielleicht gibt es ja auch irgendwann 5-Fraktion. Stimmt, also sag jetzt nicht, wer wäre es bei Godzilla, weil es das King Kong. Also es gibt ein Donkey Kong. Ich sag auch nicht, dass das gut ist, weil das gelogen wird. Pist, ich sag doch mal 5-Fraktion, wer kommt erst so hinterher. Ja, jetzt halt dein scheiß Maul. Also es gibt King Donkey Kong. Ich sag jetzt nicht, wer Donkey Kong ist. Dann gibt's Bowser. Ich sag jetzt nicht, wer Bowser ist. Und dann gibt's noch Mecha Bowser. Und dann müssen Donkey Kong, also King Kong und Godzilla zusammenarbeiten, um ihn zu besiegen. Und der eine wird zum Super Saiyan Ah, okay Jetzt hast du natürlich einen Unbekannte reingebracht Das ist ganz klar Godzilla Aber das ist ja natürlich auch meine Vermutung Aber ich bin mir schon ziemlich sicher Das wurde auch von Feministen unterstützt Hey, wir kamen auch Wir kamen auch einfach eine halbe Stunde zu spät In den Film rein Und wir uns vorher testen mussten Kamen dann auf einmal Godzilla gegen King Kong gekämpft Also das war halt nur am Anfang so ein leichter Kampf Richtig eh schon los, der Wichser Also ich sag, wie ich so, ist der Plasma-Strahl von King Kong einfach nur overpowered Was für ein Plasma-Strahl? Äh, Godzilla hat doch ein Plasma-Strahl so Ach so, ja, Plasma-Strahl Da kam er mir aus, ich hab ein King-Bong 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 Was sagst du? King Kong hat er eine Bong oder was? King-Bong Äh, äh, weil dieses Video natürlich kinderfreundlich ist Und er ist spoilerfrei Ist aber heute ja, King Kong benutzt auch eine Axt Äh, spoilerfrei, weil er hat uns jetzt Äh, vieles erzählt Und wir wissen ja natürlich nicht, was wahr ist King Kong benutzt eine Axt Die sich mit, äh, Godzilla als Plasma-Strahl auflädt Und dann, ich schwör dir auf meinen Tod Godzilla lädt, äh, vorher hat King Kong mit der Axt gegen Godzilla gekämpft Dann hat Godzilla die Axt aufgeladen mit Plasma Damit King Kong, äh, den Mecha-Godzilla tötet Völlig unlogisch Ja, aber das stimmt, ich fühle es dir auf meinen Tod Ne, eigentlich müsste dann Eigentlich müsste dann, ähm Äh, natürlich die, äh, klassische Frage stellen Can it beat Goku? Fuck! Oh Gott Ich liebe dieses, diese Videos Ich, ich hab endlich ein muscle-up Äh, der Typ formel, der Typ Okay, I can beat Goku Weiß das muscle-up ist? Ja Was denn? Chiroide Ein solches wirklich? Nein, nein Wenn du so klemmst und dich dann so nach oben drückst Ja So nach unten mäßig Aber nach oben Can it beat Goku? Boah Easy Äh, übrigens, sag mal zur Übersetzung, der hat ja was geschrieben Ich kann es selber nicht verstehen Weil das lernt ihr erst in Part 2 Schaltet wieder ein In der nächsten Folge Auch wenn es vielleicht kein, äh, Learning Auch wenn es wahrscheinlich niemand sehen wird Auch wenn es wahrscheinlich niemand sehen wird Ähm, Thüringen In English Äh, Flying Was? Äh, ich glaub der denkt wir haben Flyhack Yes Nee Puls Nee Puls Ich glaub du verstehst nicht Der meint wir sind scheiße fliegen Ah, lief Juh Äh, du bist nett Ähm, warum ich immer dabei so lache ist ganz einfach zu erklären Very easy Denn, äh, dieses Spiel bereitet immer einfach so viel Spaß Äh, immer dieses hin und her fahren Ich fände dir, äh, das Gameplay auch sehr möglich Give me your escort Also du bist einfach nur zum 2 Minuten wie du wie gehst Und Äh, Rocco nach der Bundesauschuss, ne? On time G is very easy Wenn es 6-3 für uns steht Äh Hitler kaputt Mit Hitler meint er sein Onkel Der, äh, der hieß auch zufällig so Wie so ein alter, äh, netter, äh, 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 Mann, der, äh, für Deutschland gesorgt hat Das sind Silberturnielsieger, was wollen die? Echt? Guckt ab Oh, fuck, war das schlecht Alter, der ist kaputt Äh, krank Ihr seid Äh Wie gesagt, er heißt nett Wer was anderes braucht, das legt euch an Könnt euch zu Ehrer Roman sagen, ihr seid gay Ähm Nochmal um das festzustellen Wir unterstützen Die Führer, ne? Weißt du? Ne, wir führen Ja, ja, sag ich da, wir führen Und ich kack dir jetzt an Äh, die pushen nicht Ich verstehe nicht, dass wir auf Zeit springen, die checken das nicht Äh, ich glaube auch Äh, das hier ist eine berühmte Taktik Äh, die Kopfhörern, die Kopfhörern Oh, läuft Naja, hat der Lack gehabt Aber ist ja auch egal, der fliegt gegen jemand Ja, der geht ein Äh, eine berühmte Taktik Wir können das nochmal machen Ähm Er geht, ja, ja Benutzt wird, ich glaube auch für den Fußball benutzt Was? Zeitschinden Ja, ja Das ist eine sehr beliebte Taktik Im Englischen Ähm PDSM Seitschinden 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 Das ist eine Webseite, oder lernt ihr Englisch? During-Englisch Ich hab wirklich ein paar Wörter dort gelernt During-Englisch Du bist Englisch Ähm Ähm Sehr einfach Das könnten wir Wiederholen Äh Damit will ich noch die Aufnahme und die Schlehrstunde beenden Ende Überhaupt Hände Okay, tschüss Easy Ihr seid nett Auf Wiedersehen, ihr Wichser